Yo, 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 Gang, David am Start hier für euch und heute geht's darum, wie man Cheers schreibt. To, go, go! So, liebe Gang, bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, erstmal wieder zum Sponsor des heutigen Videos. Und das ist mal wieder Blinkist. Und Blinkist ist eine App mit Zusammenfassungen für Sachbücher. Und da gibt es verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Geschichte, Produktivität, Psychologie oder auch Wissenschaft. Und passend zum heutigen Thema empfehle ich euch, achtsam sprechen, achtsam zuhören. Und diese ganzen Zusammenfassungen könnt ihr euch ganz entspannt auf dem Handy oder Tablet geben oder euch noch entspannter als Hörbuch anhören. Unter blinkist.de slash 2botguys gibt es 20% Rabatt auf ein Jahresabo. Gönnt euch, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, lasst es sein. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem eigentlichen Video. Und zwar gab es da einen sehr interessanten Kommentar unter einem Video auf unserem Zweitkanal Simplicissimus, der da lautete, ich hasse das Wort Cheese, das heißt, wie die gute Folge neigt sich dem Ende zu. Trauer, Smiley. Und ich weiß, an diesem Satz gibt es einiges grammatikalisch auszusetzen, aber wir fokussieren uns heute auf das Cheese. Und da wurde er natürlich von der aufmerksamen Simpli-Community erstmal wegberichtigt. Der Vorschlag des aufmerksamen Simpli-Zuschauers, Cheer. Und genau diese Kombination aus Kommentar und Antwort auf den Kommentar haben wir dann bei Instagram gepostet. Und normalerweise sagt man ja, dass die Instagram-Community so ein bisschen freundlicher, ein bisschen lieber, ein bisschen netter zueinander ist. Bei uns jedenfalls stieß dieser Kommentar dann aber auch auf Reaktionen wie, seine Rechtschreibung ist auch zu Ende. Oder ein Vorschlag für ne Schreibweise von Cheers war einfach, hu****. Da weiß ich jetzt nicht, ob wirklich die Schreibweise von Cheers irgendwie mit hu**** verwechselt wurde, oder ob er mich und Jonas einfach als hu**** sieht. Das ist ein bisschen unklar. Aber auf jeden Fall wurde der Ton auf Instagram dann etwas rauer, aber es gab auch nette Vorschläge. Und auch Vorschläge, die dem wahren Cheers etwas näher kommen. Deshalb fangen wir einfach mal an. Cheers. 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 Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Gears. Gears. Cheers. 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 Skiers. Schnitz. Heels. Schieß. Marlboro. Saas. Chetous. Können wir das einmal kurz machen? So, ich habe jetzt mal kurz das Skript unseres letzten Videos aufgerufen. Und jetzt versuchen wir das einfach mal zu kombinieren, ja? Also die neue Endung mit dem letzten Satz des Skriptes. Musik ab. Den Anblick der schönen, bunten Vögel sollte man deshalb am besten einfach genießen. Chitous. Cheers. Longue. Schizophrenie. Ciao. Nostrovi. Cheers Burger. Ja, da muss man anmerken, dass diese Verabschiedungen ganz klar nicht deutsch genug sind. Anstatt des Cheers Burgers kommt bei mir natürlich nur Cheers Rostbraten mit Sauerkraut auf den Tisch. Jawohl. Tschüss. Cheetah. Cheers? Schiez. Tschüssle. Case Closed. Ja, ich muss sagen, Case Closed wäre natürlich schon ziemlich bosshaft. Stellt euch einfach mal vor, die Simpli-Videos würden eigentlich so enden. Und deshalb ist das mobile Internet in Deutschland so wahnsinnig schlecht. Case Closed. Ja, ich finde, das kann man auf jeden Fall feiern, aber vielleicht sind wir noch nicht so weit. Das überlassen wir mal lieber kurz gesagt oder dem Nerdwriter. Vielleicht kann man das langsam mal bei Two Board Guys establishen, dass man anstatt Feiert Gut einfach mal sagt Case Closed. Ja, wir haben alles dazu gesagt. Ich glaube, zu diesem Thema haben wir jetzt auch eigentlich so alles gecovert, was ich eigentlich covern wollte. Das war ein klasse Video. Ich finde es, ich fand es super. Toll. Und für diejenigen, die es wirklich interessiert, die richtige Schreibweise von Cheers findet ihr im Titel. Und ja, ansonsten kann ich mich eigentlich nur für die Aufmerksamkeit bedanken. Wer Bock hat, kann gerne mal die 2BG-Playlist abchecken. Da sind wieder einige neue Tracks drauf, unter anderem von Jaden Smith und auch von Joji. Deshalb checkt das gerne mal ab, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten feiert gut. Äh, ich meine Case Closed.